Willkommen, werte Zuschauer und Zuschauerinnen, zu einem kleinen Tutorial, oder wie ich gerne eher sage, Erklärvideo. Hier geht es um die folgende interessante Frage, welches Headset für den Let's Player, also jemand, der sich dabei filmt, wie er ein Spiel spielt und andere gucken sich das dann später mal an. Und hier stellt sich für den Let's Player natürlich immer die Frage, okay, nehme ich ein Headset, da habe ich alles in ein und so. Oder mache ich doch echt so oft professionell und kaufe mir extra Mikrofon und dergleichen. Und da muss man natürlich sagen, spielt natürlich in erster Linie der Geldbeutel eine Rolle. Ich sage mal so, viele machen heutzutage Let's Plays, also sie sagen, YouTube wird gerade überschwemmt, überschwemmt mit Let's Plays. Die meisten schaffen gerade mal so, also wenn sie 100 Aufrufe pro Video schaffen, ist das schon extrem viel, das schaffen die wenigstens. Also wenigstens so 20, 30, 40, 50 im Bereich ist eher normal. Und die Frage ist halt, wie viel Sinn macht es, wie viel Geld sollte ich ausgeben in der Richtung, ist natürlich dann auch die Frage, hat man persönliche Qualitätsansprüche, was möchte man persönlich haben? Und an sich muss man halt sagen, letztendlich ist die Headset-Version, also das per Headset umzusetzen, die grundsätzlich schlechtere Lösung. Besser wäre es wirklich mit dem extra Mikrofon das Ganze umzusetzen. Jetzt ist natürlich die Frage, hä, wieso ist denn das schlechter? Das liegt schlichtweg daran, dass ein Headset schlichtweg nicht dafür gedacht ist, sondern damit soll man in erster Linie telefonieren. Und egal, ob wir jetzt über Festnetz telefonieren oder über Handynetz telefonieren oder über das Internet, IP-Telefonie, wir haben halt die Problematik, dass wir halt entweder eine schlechte Funkverbindung haben. Ja, analog ist, also Festnetz, sowieso nicht unbedingt große tolle Sprachqualität aufgrund der Technik. Und bei IP-Telefonie haben wir das Problem, wenn die Bandbreite mal gerade nicht so viel zur Verfügung steht oder wir halt nicht so viel Geld ausgeben für unseren Internetanschluss und keinen hohen Upspeed haben, also Upload, dann haben wir grundsätzlich erstmal bei allem immer eine schlechte Sprachqualität. Wir haben also eine sehr dünne Datenleitung, kann man jetzt einfach sagen. Und das verschlechtert natürlich grundsätzlich das Signal. Und um da wenigstens eine vernünftige Sprachqualität hinzukriegen, sind diese Mikrofone natürlich speziell darauf ausgerichtet, da wenigstens eine vernünftige, gute Sprachqualität zu liefern. Und das geht halt nur darüber, dass das Signal permanent bearbeitet wird mit unterschiedlichsten Filtern, also von irgendwelcher Hallunterdrückung, Rauschunterdrückung. Es werden irgendwie Knistergeräusche rausgefiltert, es werden bestimmte Frequenzen angehoben, um es deutlich zu machen und, 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 und. Je nachdem, wie viel Geld man ausgibt in der Richtung, gibt es da verschiedenste Sachen. Und aus diesem Punkt her ist das halt grundsätzlich gesehen für, ja, Vocalaufnahmen, also Sprachaufnahmen, Rapaufnahmen, Gesangsaufnahmen nicht geeignet, weil man kann das Signal später nicht wirklich nachbearbeiten, weil eben viel schon rausgefiltert wurde, was man für eine höhere Qualität eigentlich bräuchte. Aber man muss natürlich sagen, heutzutage ist das alles so dermaßen gut optimiert, dass eigentlich dabei ein gar nicht so schlechtes, ja, Signalbar rauskommt, bei solchen Headsets im Endeffekt und das je nachdem, wie viel Geld man ausgibt, damit man eigentlich zufrieden sein kann. Von daher ist es eine mögliche Variante, die man nutzen kann, ist natürlich nicht die High-End-Lösung, nicht die High-End-Quali, aber man braucht nicht unbedingt immer die High-End-Quali und man muss auch sagen, viele Leute merken gar nicht so den Unterschied, ob jetzt die Qualität besonders hoch oder besonders niedrig ist. Also der Experte wird sich eher darüber aufregen, dem wird das auffallen, dass hier die Qualität schlecht ist, als der normale Let's-Player-Zuschauer, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, ist halt alles eine Frage des Qualitätsanspruchs und des Geldbeutels, was man hier umsetzen möchte. Deswegen möchte ich mal, obwohl ich jetzt ja eigentlich kein Let's-Player bin, also ich filme mich nicht großartig beim Spielen, ich bin ein anderer YouTube-Fogel, aber ich kann euch erklären sozusagen, auf was ihr achten solltet und was was bringt. Und deswegen habe ich ja schon mal ein Headset rausgesucht, ob das gut ist oder so, ich weiß es nicht. Müsste man ausprobieren, aber ich möchte euch anhand dieses Headsets und noch eines Headsets, diese zwei, was erklären, die sind zwar relativ ähnlich, aber doch relativ unterschiedlich. Ich meine, das allererste V-Stieche bei so einem Headset ist natürlich der Tragekomfort. Und dafür haben wir zwei verschiedene, grundsätzlich verschiedene Varianten. Also einmal hier das mit so einer Polsterung oben dran und dann halt Polsterung hier an den Muscheln dran. Und dann haben wir immer Polsterung an Muscheln und so eine Schnalle oben dran. Beides, komfortabel, ist aber eine Geschmackssache und hängt natürlich davon ab, wie groß eure Rübe ist. Also ich habe zum Beispiel das Problem große Rübe. Also Leute mit kleineren Rüben sind eher weniger gestraft beim Headset-Kauf als Leute mit großen Rüben. Also Rübe im Sinne von Kopf. Und müsste halt ausprobieren. Also in dem Sinne kann man schon gar kein Headset wirklich empfehlen und sagen, kauf dir das grundsätzlich. Weil, ich meine, wenn man so ein Let's Play damit macht oder auch wenn man natürlich telefoniert, was auch immer man damit macht, man trägt es natürlich für länger. Und da haben wir dann halt grundsätzlich das Problem, dass es grundsätzlich sein, grundsätzlich komfortabel sein muss. Und wenn es das nicht ist, ist es scheiße. Es muss wirklich halt stundenlang auf den Kopf hängen können. Und deswegen müsst ihr das einfach ausprobieren, weil wir haben ja nicht wirklich alle dieselben Rüben. Also von daher müsst ihr einfach sowieso schon in den Laden rennen oder halt bestellen und zurückschicken. Weil wir halt, ja, als Menschen haben wir die blöde Eigenschaft, dass wir nicht alle gleich sind, alle unterschiedlich. Das ist aber auch eine dumme Scheiße. Und deswegen können wir das nicht pauschal sagen. Aber um schon mal eine Vorauswahl treffen zu können, die beiden Varianten gibt es. Und das ist komfortabel, das ist sinnvoll. Also könnt ihr euch schon mal auf die Vorsuche begeben, was denn für euch in Frage kommt. Als nächstes ist wichtig, dass wir eine geschlossene Bauform haben der Kopfhörerelemente. Das bedeutet, dass das Audiosignal, was ihr über die Ohrmuscheln hört, nicht nach außen dringt. Das hat den Vorteil, dass es nicht auf das Mikrofon übergreift. Ähm, natürlich, äh, bei, ähm, Let's Player jetzt nicht unbedingt so schlimm, wenn sozusagen das, der Sound vom Spiel, äh, mit aufs Mikrofon übergreift. Ähm, ist aber trotzdem nicht so vorteilhaft. Das kann, äh, zu unterschiedlichen, unschönen, äh, Rückkopplungen und sonst was führen. Ähm, also ist doch besser schon so eine geschlossene Bauform zu haben. Und wer nachträglich das Vocalsignal bearbeiten will, also jemand, der wirklich, äh, äh, den Sound vom PC und den Sound vom Mikrofon getrennt aufnimmt, äh, für den wäre das schon wichtig. Weil durch die Nachbearbeitung verstärken wir unterschiedliche Signale und tun natürlich dann auch unerwünschte Signale, äh, vom Gameplay mit verstärken. Und das kann zu unschönen Sachen führen, im, im, im letztendlichen Ergebnis, was man dann hochladen möchte und nicht so sinnvoll. Äh, aber muss nicht unbedingt geschlossen sein, aber wäre schon sehr, sehr viel besser. Welches von beiden hier geschlossen ist? Ich weiß es nicht. Ähm, ich hab's jetzt nicht wirklich gefunden. Ich wollte dich tausend Jahre rumsuchen, aber, ja, theoretisch sehen so geschlossene aus, weil die halt größere Ohrmuschel haben. Aber es gibt auch halboffene, äh, die sehen dann ähnlich aus und so, ja. Ähm, nächster wichtiger Punkt wäre natürlich das Mikrofon. Es sollte freischwenkbar sein. Das haben wir zum Beispiel bei beiden. Man kann hier halt sozusagen, nicht freischwenkbar, äh, flexibler Mikrofonarm heißt das, äh, in der genauen Produktbezeichnung, glaube ich. Das heißt, wir können das wirklich drehen und biegen, wie wir wollen, um halt das Mikrofon sehr gut ideal vor unserem Mund zu positionieren. Ist einfach von daher, ich meine, wie schon gesagt, unsere Rüben sind alle unterschiedlich. Daher sozusagen befindet sich unser Mundwerk auch nicht immer an derselben Stelle. Deswegen müssen wir das genau anpassen. Also, äh, Headsets mit eingeschränktem Mikrofonarm, nicht so gut. Nächster guter Punkt wäre natürlich noch, wenn wir das Ding abnehmen könnten. Ich meine, das Mikrofon kann immer mal irgendwie kaputt gehen. Ich meine, man kann sich immer irgendwie unglücklich draufsetzen, was auch immer. Und wenn das Ding denn kaputt ist und wir können das nicht austauschen, müssen wir das Headset komplett neu kaufen, was scheiße ist. Also, ist besser, man hat ein abnehmbares Mikrofon, um es bei, ja, unfreiwilliger Zerstörung ersetzen zu können. Ähnliches Spiel beim Kabel. Das sollte aus dem gleichen Grund abnehmbar sein. Hier ist es halt noch viel, viel schlimmer. Also, Kabelbruch ist typischerweise der Tod der meisten Headsets oder natürlich auch Kopfhörer. Wir sollten also auf jeden Fall ein abnehmbares Kabel haben. Beim Asus ist das, glaube ich, der Fall. Bei diesem Thrust weiß ich jetzt nicht, da ich sowieso beide nicht empfehlen kann, weil ich sie nicht kenne. Sei das mal dahingestellt. Sollte auf jeden Fall abnehmbar sein, um es zu ersetzen. So ein Kabel ist im Endeffekt nicht so teuer wie so ein Headset. Und, ja, grundsätzlich, also man sollte gar nichts kaufen, was kein abnehmbares Kabel hat. Und, in diesem Fall auch noch wichtig, einseitige Kabelführung. Das haben beide, wie wir sehen. Beide haben einseitige Kabelführung. Das hat natürlich den Vorteil, wir können uns weniger in Kabelsalat verheddern. Ja, von daher, einseitige Kabelführung muss aber nicht sein. Muss man aber auch sagen, die meisten Headset haben heutzutage einseitige Kabelführung. Von daher nicht unbedingt so das größte Problem. Wichtig ist noch zu wissen, wie ja schon gesagt, wir haben unterschiedliche Rüben. Wir haben auch unterschiedliche Stimmen. Manche haben eine Piepsstimme. Zum Beispiel Frauen haben ja eher höhere Stimmen. Ja, die gibt es auch als Let's Player. Dann gibt es welche, die haben so Durchschnittstonstimmen. Und dann gibt es welche, die haben, Also welche mit tiefen Stimmen. Und je nachdem, wie die Stimme ist, arbeitet das Mikrofon unterschiedlich gut mit der Stimme zusammen. Auch ein Grund, warum man nicht pauschal Headsets empfehlen kann. Ja, da müsste ich jetzt eigentlich alles haben. Ich fasse es nochmal zusammen. Flexibel Mikrofonarm. Geschlossene Bauform. Ah, jetzt weiß ich was vergessen. Aber zusätzliche Soundkarte sollte man noch kaufen. Fällt mir gerade auf. Das Trust ist ein USB-Headset. Das hat natürlich den Vorteil, dass wir am Gerät, wo wir das verwenden, keine zusätzliche Soundkarte oder dergleichen oder sonst was brauchen. Ist auch schneller und einfacher angeschlossen und dergleichen. Aber das Problem ist halt, hier sieht man es, dass es so eins ist. Wir sind an diese Soundkarte gefesselt. Jetzt muss man nämlich wissen, wie entsteht eigentlich die Soundqualität. Habe ich übrigens auch ein Video oben, hier auf dem Kanal, wo das mal genauer erklärt wird, was alles da eine Rolle spielt. Aber grundsätzlich kann man das so einfach erklären. Einmal das Mikrofon macht die Qualität, dann der Verstärker, der das Mikrosignal aufbearbeitet. Und dann die Soundkarte, die diesen Signalweg in den Computersprachenscheiß übersetzt. Also von analog in digital. Weil sozusagen die Audiosprachqualität ist alles analog. Und das muss in digital umgewandelt werden. Das macht die Soundkarte. Naja. Und wenn die Soundkarte halt schlecht ist, die meisten Onboard-Soundkarten sind halt schlecht. Oder auch viele USB-Soundkarten halt, wenn man nicht viel ausgibt, sind die nicht sonderlich gut. Und also halt hier auch fraglich, ob das gut ist oder nicht. Wie gesagt, Geldbeutel spielen natürlich immer eine Rolle, die man hat. Aber würde ich davon abraten, weil wir können das Gerät nicht ersetzen oder aufwerten. Also eine bessere Soundkarte bietet natürlich auch noch bessere Klangqualität. Und tja, deswegen besser das Ganze nicht als USB-Variante kaufen. Da haben wir ja das Asus. Das ist auf jeden Fall klinkenmäßig. Also da ist keine USB-Variante. Hier können wir halt wirklich frei uns eine andere Soundkarte wählen und damit dann halt die Klangqualität optimieren. Weil die meisten stecken das dann wohl eher an die Onboard-Soundkarte. Und die ist natürlich nicht darauf ausgelegt, ein hochwertiges Signal zu bringen. Sondern da denkt man auch eigentlich eher so maximal wird ja die Masse damit skypen oder Ähnliches machen. Von daher haben wir halt nicht so eine hohe Sprachqualität ausgelegt. Deswegen besser eine höherwertige Soundkarte extra kaufen, als hier sich ein USB-Headset ranzuwagen. Beziehungsweise mit der schlechten Onboard-Soundkarte des Laptops oder PCs, was ihr auch immer habt, zu arbeiten. Es gibt natürlich unterschiedliche Soundkarten. Das hier ist sozusagen die typische, die wird immer als Headset-Adapter bezeichnet. Ist aber gar kein Adapter. Ein Adapter würde ja wirklich bloß sozusagen von einem Steckertyp auf den nächsten umbasteln. Das hier ist ja wirklich eine echte Soundkarte, die das analoge ins digitale Signal übersetzt. Ist natürlich hier 10 Euro Variante. Ich schiebe mal rüber, damit man das sieht. 9,99 Euro bei Konrad. Ist natürlich eine preisgünstige Variante. Ist halt wirklich, wie gesagt, die Frage, was kann jeder ausgeben? Also man kann auch immer sozusagen über China kommt man sogar mit einem Euro weg. Wie gut das denn ist oder eine andere Sache. Ja, gibt es natürlich auch größere und bessere Soundkarten. Das hier wäre sozusagen die kleinste Mini-Variante. Und da würde ich auch sagen, besser noch eine gescheite Soundkarte anschaffen. Ist auch im Übrigen sozusagen für die Wiedergabequalität vom Spiele-Sound eigentlich auch besser. Aber wie gesagt, es spielt ja halt immer der Geldbeutel eine Rolle. Und ja, ich hoffe, jetzt habe ich doch, jetzt müsste ich doch alles, also ich fasse es nochmal zusammen. Habe ich halt schon mal versucht anzufangen. Da ist mir aufgefallen, dass ich die Soundkarte vergessen habe. Aber okay, also wirklich wichtigster Punkt oder Punkt Nummer 1. Alle Punkte sind mehr, ein paar, also mehrere Punkte sind eigentlich schon wichtig. Also wirklich auch wichtiger Punkt, also freischwenkbares Mikrofon. Wir brauchen eine geschlossene Bauform. Wir sollten eine extra Soundkarte erwerben. Getrennter Spielton und Sprachton wäre nicht schlecht, das getrennt aufzunehmen, was natürlich eine Softwarefrage ist. Und natürlich auch Gerätfrage. Alle Stimmen sind nicht gleich. Wir haben unterschiedliche Stimmen. Daher austesten. Einseitige Kabelführung wäre nicht schlecht. Wenn wir das Kabel noch abnehmen könnten, wäre auch cool. Mikrofon auch abnehmbar, wäre auch cool. Und halt Trager kommen vor. Wie gesagt, wir haben alle andere Rüben. Die Köpfe sind nicht gleich. Und da müssen wir auch schauen. Aus diesen Gründen alles sozusagen kann man pauschal kein Headset empfehlen, sondern ihr müsst euch schon auf die Suche machen. Und denn je nachdem, was ihr für ein Geldbeutel zur Verfügung habt, das Ganze dann probieren und gucken, ob euch das reicht. Zum Schluss möchte ich noch zeigen, wie die etwas professionellere Variante aussieht. Sozusagen, ich sag mal, als kleine Übergangslösung gibt es von Behringer den Xen... was? Xenix? Xenix? Keine Ahnung, wie sich das richtig ausspricht. Also der Xenix, Xenix, also der 302 USB. Das ist ein Mischpult, ein Mini-Mischpult, das auch gleichzeitig eine Soundkarte eingebaut hat. und wir haben, das hat was, was nicht jedes dieser Mischpult hat, wir können ja wirklich direkt ein Headset anschließen, haben aber auch hier die Anschlussmöglichkeit für ein großes Mikrofon, haben hier viele Dreher und Regler und Einschaltmöglichkeiten. Wir haben hier Line-In und Line-Aus Eingänge, das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit Xbox, wenn ihr Xbox spielt und das irgendwie aufnehmen wollt, das Audio-Signal getrennt, könnt ihr über ein Line-In hier gehen. Natürlich müssen wir sagen, 39 Euro für so ein Gerät. Das Gerät habe ich zum Beispiel schon in der Hand gehabt, es hat ein leichtes Rauschen drin, es ist nicht so stark, ist halt die Frage, ob euch das stört oder nicht, aber es ist definitiv ein gewisses Rauschen da, also wirklich ein professionelles Gerät ist das nicht, aber mir ist jetzt eigentlich, ja, in dem Preis-Segment kein Gerät bekannt, was derartig viele Möglichkeiten bietet zu so einem Preis, also wer in der Richtung schon ein bisschen mehr Möglichkeiten möchte, der hat hier ein sehr interessantes Gerät. Ja, aber wie wäre jetzt die professionelle Variante, also da bräuchten wir natürlich erstmal entsprechende Kopfhörer, zum Beispiel die hier, die habe ich auch schon in den Fingern gehabt, gibt es ein Vergleichsvideo sozusagen, wie gut die dämmen, das sind auf jeden Fall geschlossene Kopfhörer, lassen wenig Sound nach außen, sind preislich eigentlich okay, natürlich gibt es bessere, das gibt es immer, wo man mehr Geld auf den Tisch legt, aber das ist preislich okay für die Leistung, die das bietet, also damit hätten wir schon mal sozusagen die geschlossene Bauform erreicht, dann brauchen wir natürlich ein Mikrofon, man kann natürlich sich ein richtiges Studiomikrofon holen mit Stativ, das entsprechend sich hinstellen, ich denke mal aber für den Let's Player ist es halt, doch nicht so ideal und es gibt halt auch solche Mikrofone, also es gibt wirklich richtige Kondensator Mikrofone, hier ist ein Nackenbügel Mikrofon, dass man sich halt wirklich an den Kopf dran montiert und dann halt hier entsprechend wirklich auch ein professionelles Mikrofon, ich meine der kostet 166 Euro, ich weiß nicht wie gut das hier ist, ich habe das noch nie in der Hand gehabt, noch nie probiert, aber man kann sich schon denken, dass das eine bessere Sprachqualität liefert als so manches Headset Mikrofon und wir haben natürlich auch ganz andere Anschlüsse, wo wir dann spezielle Geräte bräuchten, die gibt natürlich auch billigere Varianten wie das hier zum Beispiel, kostet bloß 40 Euro, aber wir sehen auch so ein Nackenbügel Mikrofon, wenn ich hier drüber gehe, kommt das nämlich auch, Nackenbügel Mikrofon, wir sehen ja auch verschiedene Preisbereiche, dann ist natürlich noch die Frage sozusagen, was brauchen wir denn für ein Gerät, wo wir das anschließen, ich habe ja schon gesagt, Soundqualität entsteht durch Soundkarte, Verstärker und Mikrofon und da gibt es halt zum Beispiel solche Geräte, die sind Soundkarte und Verstärker schon in einem, das hier sehen wir, das sind diese XLR-Anschlüsse, da kann man auch hier zum Beispiel Gitarren anschließen, also das hier so ein USB-Interface nennt sich das, gibt es aber auch als Firebyer-Variante und so und die gibt es natürlich in unterschiedlicher Ausführung mit unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten, wichtig ist, dass man auf jeden Fall wenigstens ein, so einen Anschlussmöglichkeiten hat, aber die meisten haben zwei eigentlich, auch die etwas preiswerteren und für den Let's Player, der dann vielleicht halt wirklich gescheit getrenntes Audiosignalaufnahme haben möchte, der muss natürlich dann auch den Game Sound aufnehmen können, um ihn getrennt aufzunehmen, wiederzugeben, das ist es nicht, hier sehen wir das, hier haben wir Line-In-Eingänge bei diesem Gerät, also sagen, wir können hier Mikrofonsignal einschmeißen, aber auch das Line-In-Signal einspeisen, dieses Gerät müsste eigentlich, ich habe es nicht genau nachgelesen, die Möglichkeit haben, die unterschiedlichen Ein- und Ausgänge getrennt hier aufzunehmen, sollte eigentlich möglich sein, ich weiß gerade nicht, aber eigentlich, ich glaube, das kann das, aber im Zweifelsfall lest du einfach selber nochmal nach, aber das hier mal als kleine Anmerkung sagen, wie es halt auf die professionelle Variante gehen würde, also separate Kopfhörer, separates Mikrofon und dann über ein entsprechendes USB-Interface mit dem Computer verbinden, beziehungsweise wir können auch natürlich noch das ein bisschen weiter drehen mit Mischer und extra Soundkarte eingebaut und dies und das, aber das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, ich habe doch mal, das reicht hier, das ist natürlich sozusagen kein Empfehlungsvideo, sondern ein Erklärvideo, was man beachten muss und wohin man vielleicht noch gehen könnte, natürlich, ich kann auch irgendwas vergessen haben bei der Erklärung, dass mir jetzt irgendwas unfreiwillig entfallen ist, was man jetzt bei einem Headset hätte ansprechen können, wie gesagt, die Profi-Variante ist natürlich auch nicht völlig ausklamöser, es gibt verschiedene Varianten, das zu lösen und zu machen, aber das geht natürlich noch viel mehr ins Geld als jetzt die Headset-Version und ja, falls noch irgendwelche Fragen sind oder vielleicht jemand noch was anmerken möchte, was ich falsch gesagt habe oder vergessen habe oder was auch immer, YouTube bietet ja die Kommentarfunktion, ja, in diesem Sinne, das wäre jetzt das Ende hier, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen und in diesem Sinne vielleicht bis zum nächsten Tutorial und tschüss! Bis zum nächsten Mal!